Münzen geholt, damit ich jetzt aufhöre. Also holen wir jetzt die letzten zwei auch noch. Meine Güte, kann nicht so schwer sein. So, jetzt holen wir das mit ihr. Boah, die ist ja dämliche Masse. Ich denke, ich habe auch niemand in den Bogen gemacht. Komm, jetzt hol es, hol es, hol es, hol es, hol es. Ja, das hat Mario jetzt auch noch mal gebraucht. Vielleicht funktioniert jetzt alles wieder richtig. Durch den kleinen Elektroschock. Dankeschön. Voll reicht so. Weiter geht's. Probieren wir es doch mal von hier. Vielleicht schaffen wir es ja von hier. Ja, da müssen wir hin, genau. Das Problem ist müssen, ja. Und los geht's. Man sollte vielleicht die Düse umstellen. Guten Morgen. Oh, was ein Fail, Leute, ey. Wie lange, guckt ihr mal. Ich bin schon so lange da dran. Das ist der absolute Wahnsinn. Veracht, dämliche rote Münzen. Das gibt's nicht. Ich glaube, wir werden die nächsten Kacke, die schneller lehren, versprochen. Hey, jetzt komm schon, nochmal. So. Ich würde es jetzt noch mal probieren. Von der Seite? Sorry. Ich würde es jetzt noch mal von hier probieren. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ob es so kommt. Ja. Wir müssen dann schließlich nach rechts. Hier. So, do, 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 do. Jetzt kommt schon, schlägt es an. Yeah! So. Jetzt müssen wir uns mal noch kümmern um Münze Nummer 8. Jetzt müssen wir erst mal wissen, wo die überhaupt ist, liebe Leute. Also irgendwie, heute ist der Wurm drin, aber ehrlich, ich sehe überhaupt nichts. Ich gehe jetzt mal von oben gucken. Vielleicht ist es oben auch noch. Also vielleicht sehe ich von hier was, weil ich sehe überhaupt nichts. Schau mal. Das gibt's doch nicht. Der Vogel hat die 8. Münze gefressen. Bin ich mir sicher. Also ich werde jetzt mal drüber gehen und von da gucken. Können wir nicht wahr sein. Suche 8 Münzen. Sind leider nur siegen da. Yeah! Ach, da ist sie. Na also. Geht doch. Jetzt gehen wir am besten über den Baum. Und gehen auf der anderen Seite um die Münze zu holen. Haha. Gut. Oh, ja, 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 ja. So. Und jetzt einmal unten, aber so weiter runter eigentlich auch wieder nicht. Oh, ja, ja, ja. Hallo, Baum. So. Hallo. Nochmal. Na, ja, ja. So, ich probiere es mal so. Ja, das klappt gut. Dann brauche ich nicht immer so weit zu laufen zu bauen, falls ich den noch öfter sehe. Also grün ist nicht meine Lieblingsfarbe, lass es nicht stark sein. Ja, jetzt muss ich nach unten. Mario, nach unten. Am besten hier runter. Déjà vu. Kenn ich doch irgendwoher. Ja, Baum Mario, Mario Baum, normal. So, jetzt aber. Ich probiere es jetzt einfach nur mal. Ich habe die Münzen, ich glaube, fuck. Ich werde ja wohl acht kriegen. Neun. Ich habe oben gerade die Münzen gelesen. Nein, neun Münzen gibt es nicht. Da kann ich mich doof nehmen nicht suchen, das wird nix. Es sind leider nur acht. So, ich habe eine extra Runde gedreht. Was ein Fehl, Leute. Das gibt es nicht. Jetzt kriegt es. Ach, also liebe Leute. Ich werde jetzt den ganzen Kram jetzt nicht nochmal machen. Also, ich könnte es wirklich und ich kann es wirklich verstehen, wenn ihr den negativ bewertet. Weil, ich lasse den einfach nur drin, damit ihr seht, wo die acht Münzen sind, weil das ist echt lächerlich, was hier passiert gerade. Das ist wirklich lächerlich. Ja, natürlich. Oh, liebe Leute, ich sage das doch gar nicht mehr, ey. Ich könnte schreien. Ah! Oh Mann, ey. Ist doch doof. Nicht schön. Ich werde ja wohl da oben diese dämliche letzte Münze kriegen. Na komm. Bitte jetzt. Einfach nach oben. Beim nächsten Mal springen wir ab. Und dann kriegen wir sie. Wir sind zuversichtlich. Ja jetzt und hoch. Nein, natürlich nicht hoch. Erstmal wieder nach unten. Und wo ist ein Schiff, wenn man es braucht? Oder soll ich nicht sagen? Oh meine, bitte. So. Probieren wir das Ganze nochmal von der Seite. Nochmal. Wir waren ja eh gerade auf dieser Seite. Dann können wir es auch von der Seite probieren. Okay. Okay. So. Andere Seite. Und Rühbeer. Rühbeer. Den Nasenbeer, den Eisbeer und den Rühbeer. So. Jetzt einfach nur da runter. Ist echt nicht so schwer, oder? So. Jetzt probieren wir es mal mit der Düse von hier beim Abspringen. Das müsste eigentlich funktionieren, theoretisch. So. Und der Baff. Jawoll. Hier ist auch so gut. Also. Oh man, ey! Ganz gut. Das läuft aber auch mal. Weil ich glaube, das ist echt ein guter Weg, es so zu machen. Weil anders... Ich probiere es mal direkt hin. Aber... Ich probiere es mal. Okay. Lalalalalala. Das war zu kurz. Die Seite wieder dran. Muss ja abwechselnd gleich bleiben. Auweih, oh weh. So. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, liebe Leute, bald habe ich keinen Bock mehr. Mal versuch's wert. Hm. Okay. Nochmal. Hier sind ja keine Leute, die aufgeben. Nimm, Mario. Halt weiter. So. Jetzt werde ich nochmal da rüber gehen. Muss man dort nochmal probieren. Denn... Irgendwann... ...muss es ja kippen. Konzentration. So. Jetzt... Hm. Nur vorsichtig auf die Seite. Und jetzt vorsichtig... Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich hab's gepackt. Ja. Oh. Ich muss doch nicht den ganzen Tag hier dran sitzen. Oh. Jetzt bin ich aber froh, Leute. Boah. Jetzt hol ich mir noch schnell unten die... ...die Münze und dann... ...boh ich mir den Schein. Das war's. Oh. Was ne Geburt. Nummer 8. Ja. Mein Schein. Ja. Oh. Oh. So. Bevor ich jetzt runtergehe... ...gucke ich jetzt genau wo er ist. Sonst kann ich nämlich vielleicht oben bleiben. Wenn ich schon mal auf diesem dämlichen Kasten endlich geschafft hab. So. Gucken wir nochmal wo er ist. Ah. Da oben. Okay. Dann bleibe ich da runter und darüber. Dann hab ich den. Dann hab ich's geschafft. Dann hab ich gepackt. Ja. Oh. Es wird mir echt furchtbar leid, Leute. Ihr spult wie gesagt. Drückt einfach nach vorne. Seppt euch da durch, weil ähm... Das kann ich echt keinem antun. Ich hol mir jetzt den Schein. Den Schein. Ja. Ja. Jetzt muss ich runterfahren, ja? Ja. Bravizio. Mua. Endlich. Bis bald, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.